Hoch mit dir. Schade. Klappt mir. Schade. Das andere Wort habt ihr jetzt nicht verstanden. Vielleicht solltest du es nochmal wiederholen. Nein. Das, was da versehentlich rausrutschen sollte, wollte, müsste, könnte, ähm... Tutentun. Tutentun, genau. Das waren drei. Äh, ja, links davon steht noch ein A-Sar. Irgendwie. Irgendwie. Sicher? Ja. Ja. Nee. Nein, na, wirst du... Ich hab trotzdem mal ein A-Sport genommen, ne? Ja, ja, ich... Immer wenn ich Damage mitmache, dann will ich die Kette durchziehen, aber will ich nicht hin. Also, nicht, nicht, dich nicht hin, sondern will ich nicht hin, sondern will ich nicht hin, sondern meine Kette durchziehen. Generell wirst du nicht hin, ja, ja, ja. Ja, ja, das ist immer so eine knappe Geschichte, bis ich dann noch irgendwas im Target hab. Ich brauch Dingens Shortcuts für Leute, die ins Target nehmen. Aber es dauert, glaub ich, genau so lange, bis ich da hingeklickt hab. Bis ich ziehe. Hm, 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 hm. Die war's gelübt, äh... Ich nehm' den Dicken. Ach, ich hab's sogar shortkratzgeist. Ich nehm' den, die zwei. Ich nehm' die... Ich nehm' die... Ich nehm' den Dicken, mach' dir erst mal, äh, den Mäuschler, bitte, dann den, äh... Okay, erst den Heiler, dann den Mäuschler, oder? Nee, erst Mäuschler, dann den Heiler, dann den Dicken, denk' ich so. Äh, okay. Äh, okay. Also mit deinem, mit deinem, ähm, Miek, da müssen wir echt nochmal was machen. Ja, ich weiß... Jetzt, jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendwie immer zwischen dir, ob da irgendwo die FPS in dein Mikrofon so rutscht und bricht. Also, ich weiß nicht. Das ist komisch. Weil es kann... Die Mikrofon-FPS gehen runter. Ja, ist ein Glück, oder? Ja, als ob da irgendwie die Datenrate durch und runter bricht, irgendwie. Keine Ahnung, was so los ist. No way. Was soll's? Ja, es geht. Sofern du nicht so viel redest. Hahaha. Jetzt wär schon so mehr Quatsch. Alles klar. Dann wirst du vielleicht vielleicht ein bisschen wach hier. Naja. Ja. Da ist Hopf von Malz vergessen. Ja. Ja, so rum. Hopf von Malz. Hopf von Malz. Hopf von Malz. Was noch... Was noch fehlt? Wer ein Kanto hat? Wer ist? Luxus. Ja, aber leider zu hohem Level. Ja. Ja, ich weiß. Deswegen... Lol. Deswegen sind wir ja dabei, hier aufzuholen. Weil 60 werden wir mit denen hier. Da steht wieder irgendwie bei. Glaub ich. Ja. Da steht wo eh nach. Der Mäuchler ist ja. Oh verdammt. Na toll. Oh cool. Skill noch durchgekriegt. Ja, äh... Deine Frage eben. Äh... Der... 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 Gottstein, auf dem... ... auf dem Bogen. Angriffgeschwindigkeit reduziert. Der hat doch gerade in... Ähm, Er... Seychette. Den Fünfziger... Gotti gepostet, unser... ...Jäsja. Der Jäsja. Der Jäsja. Kann sein... Hab ich nicht drauf geachtet. Ja. Mage first, Diakon two und dann... Die Platte da. Aber warte mal, ich schmutzel die mal alle. Oder auch nicht. Doch, hat er. Weißt du jetzt eine GK-Fertigkeit noch? Ja, nein. Oh, schick mal. Ah, verdammt, warum geht denn jetzt kein Dispel? Das wäre ein dicker Sigma-Baum. Ja, jetzt zieht er mich da. Ah, irgendwie funktioniert meine Maustasten. Daumen, Tasten oder Mausten, wirklich. Weil da habe ich meine Dispels drauf. Ja, die Daumen. Oh, die funktionieren wir mal wirklich. Was hast du drauf, die Heelskills? Die Dispel. Ah, Dispel-Skills. Also, ich habe zwei Daumen-Tasten. Ja. Und da habe ich halt Dispels drauf. Ganz praktisch, wenn es denn funktioniert. Ja. Wenn es mal funktioniert. Die Dispel habe ich bei mir auch beim Clearing mit Q und E. Da habe ich beispielsweise mein Hot und mein Rot. Patrouge, Fürst, Diakon und dann Fleischreiser. 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 Die Diakon und dann Fleischreiser. Da. So. Alter, was machen die denn für den Damage? Hallo, es sind drei. Ja, aber trotzdem. Die anderen da, bei den anderen waren ein Mage dabei und die haben mir zuviel Schallen gemacht. Jetzt muss ich sogar Instant heal zünden, damit ich Feierabend-Pumpe. Ich hab, ich hab eine M-Ress-Pumpe. Du hast eine M-Ress-Pumpe. Ach so, eine M-Ress-Pumpe. Eine M-Ress-Pumpe. Dann ist ja gut. Weil das kann. Ah, okay. Was, was frag ich noch. Was frag ich? Nein, ist eine reine Katrüstung. Oh, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Erst zuerst, Mann. Hm, verdammt, jetzt hab ich mal die Gaze gesehen. Hast du schon weiß? Ich hab noch gar nichts. Ich hab nen Schlüssel. Immerhin. Naja. Oh, der Match, der geht doch. So wär mal Anurati schaffen. Ja genau. Sprach fair. Asu, hast du den Damagemeter am Laufen? Ja, unser Jäger ist am meisten. Also, ich hab gerade eben, also bei den zwei Mobs, ich hab gerade eben vorher resetet. Wollten wir die Dreiergruppe hier noch mitnehmen? Wir brauchen wieder. Also, sag das mal so. Bei der Mobgruppe hier. Bei der Damage-Zone. Wenn Alu jetzt noch alles raushaut bei der nächsten, dann kann er das wieder hochziehen, weil ich hab gerade eben erst resetet. Scheiß-Finster-Mächter. Wo ist denn eigentlich meine... Hä? Warte mal. Warte mal. Damage. Mehr Damage. Was? Ja. Ah, elevather Finster först. Finster... Hauptf... Haupt-Ficker... äh Flicker. Ja heute vielleicht eingewalb... ne gute Aufschäger denn? Nehm' mal. Nehm' mal. Nehm' mal wieder. Wieder der Leclois. Ich hab keine Skills Ready, zählt nicht. Jetzt ist Alu wieder ganz oben, vor dem DPS, und dann kommt Dieb, ja, das hat man gemerkt. Jetzt sind grad Alu, Dieb, Fire, und dann unser Jäger, und dann komm ich. Und dann die Gottstein. Und dann die Gottsteine. Ja, die Gottsteine zählen wirklich, die werden mitgezählt. Jeder Gottstein-Prock. Ja, wow, meiner macht kein Damage. Ja, aber irgendeiner scheint ja irgendwas zu machen. Denk ich mal. So, ich glaube, mein Schlüssel ist hier. Ja, nochmal den höchsten Damage-Meter. Den höchsten Damage-Meter? Ja. Ich hab den einzigen Damage-Meter hier. Oh nein, ich mein's jetzt, der höchsten Damage macht. Der Damage hat grad Alu momentan jetzt auch wieder, also, ich sag Bescheid, wenn sich da was ändert, Dieb platzt mir nicht. Nein, 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 nein. Ich hatte keine Däpfehlung. Der war einer. Was war das? Ich bin so ein Fake-Lehre jetzt. Blöd zum Instant-Potty. Nene, das ist der Mob. Aha! Ich hab euch absichtlich da rennen lassen. Boah du, du Schwein! Ich fand nix heilen. Hallo? Hilfe? Jaja, ich hab... Ach du, ich steht da außen. Boah, ich treff ne! Nein, süß! 10 Sekunden, denn wir können dich den retten. Ey, das ist so reutisch, dass man nicht trillt. Ach ja, ist doch schön. Ich muss dich gerade etwas stehen lassen. So, jetzt kann ich dich raus holen. Hey, wo sind die? Auch da? Hier draußen! Ah, verdammt ey, da ist ja noch einer dabei. Ja, das meine Herren. Was machen wir denn hier? Ich weiß es nicht. Extrem fail one. Ah, ich bin so ein Kack-Clayer. Weißt du, was das Gute ist? Was? Mein Devastrate erzählt weiter. Sorry, Jäger. Ja, ja, ja. Sehr nett, sehr nett. Ja, ne? Ich darf den Damage-Meter nebenan lassen, wenn du da ist. So, ge-cleared hier. Ja, mach du mal Rats, du hast mich besser gestanden. Ähm, könnt ihr jetzt posten den Damage-Meter? Ja, kann er machen gleich. Was? Wer? Damage-Meter? Was? Damage-Meter, die Damage-Zahlen posten. Ja, kann nicht. Aber das sind jetzt, wie gesagt, nur die letzten paar Mobs da, ne? Weil ich habe mir einfach erst gesettelt. Ja, ist ja egal. So, jetzt steht mir erst mal auf, ihr Mädels. Ach, dann recken wir ganz kurz mal. Ach, ich muss echt besser aufpassen. Ach, na ja. Das passiert dem Besten. Aber ich kriege eine ganz schön gute EP. Ja, es geht, ne? 300.000er sind Zwischenlauf... Okay, die haben wir jetzt... Äh, ne, eigentlich. Ja. Yeah. Was los, die? Ich bin gestorben. So, und warum habe ich jetzt nochmal so wenig? Weil du tot warst. Und Alu jetzt die ganzen Mobs, die einfach gravhaft Rappage machen konnten, während du gar nichts machen durftest. Ach so, okay. Ja, aber... Ach, vorher hat er mehr. Was eigentlich unfair ist bei Gladi, er macht AOE-Damage. Ja, ich geh immer nur auf dem einzelnen Mobs. Ja, ja, deswegen. Egal. In der Hinsicht bin ich gar nicht so weit weg von dir, ne, mein Freund. Was, du? Wenn ich dann mal auf die DPS schauen, das sind die, das ist die Zahl der... Hinter den Klammern. ...den höchsten DPS hab ich gemacht, weil ich, wenn ich mal einmal alles durchzisch, dann mach ich ja immer auf guten... Ja. ... auf guten Damage eigentlich, ne? Dann kommt unser Jäger... Ne, dann kommt... Dieb erstaunlicherweise, da hat er wahrscheinlich hochgecrittet. Das sagt ja immer das Höchste. Da hat er hochgecrittet wahrscheinlich. Oh, ja. Da kam kein 6000 noch bei mir, wahrscheinlich. Oder sowas. Hey. Ja, ja. Ne, gut. Ah, einmal bei mir bitte nachbuffen, laufen ab. Ne. Ne, okay. Jo, baff schnell noch, ja. So. Dann kann ich wieder meine Pro-Heals durchdrücken. Ich sehe die, die, ich sehe jetzt schon mal die ersten Fragen in den Kommentaren. DPS Meter? Wo krieg ich den her? Azulat, bitteschön. Internets. Internets. Ah, gut. Internets, das Ding heißt Ion Rain Meter. Das ist die Erweiterung vom Kings Damage Meter praktisch. Das gab's da mal als 1923. Ja, den kenne ich. Ja, den kenne ich. Den kenne ich. Den Kings Damage Meter und ich glaube, der wird gar nicht mehr weitergemacht. Achso, da ist noch ein In-Beat dabei, ne? Ja, rechts davon. Wir machen's dann. Wie gibt's jetzt das Ion Rain Meter? Ja, machen wir den In-Beat zuerst, ne? Kann ich. Ne, wir machen erstmal schön brav den Mage. Stimmt. Zaller ist Mage. Denn der In-Beat als 2 und der hier 3. Ja. Wollen wir ein bisschen über den Damage Meter reden. Ähm. Äußerst Damage Meterig. Äußerst Damage Meterig. Okay, wo ist denn die 2? Verdammt hier bin. Also sofern ich weiß, ähm, musste man dafür, glaub ich, die, das Protokoll von Ion freischalten, Den Text Chat. Auslösen lassen. Erstmal braucht man den Client auf Englisch. Ah, da war das. Genau. Das ist halt doof eigentlich an sich, aber geht eigentlich. Sprich, weil er das ganze Damage Meter Ding funktioniert über den Chat. Da muss man so irgendwas, ich weiß gar nicht mal genau, schon so lange her dass ich das gemacht hab. Ja. Da muss man irgendwas, ähm, entweder das Programm macht's für dich, oder man muss es selbst machen, man muss einen Chat-Log sozusagen erstellen, der das ganze dann an einem gewissen Ort speichert, sozusagen, alles was im Chat vorgeht. Ja. Und daraus liest sich das Damage Meter... Die Damage... 3. Target 1. Ja, das ist, ich hatte mich da auch mal, äh, eingefuchst mit dem Damage Meter, aber mich hat dann gleich sofort wieder, äh, abgeschockt, dass er Client auf Englisch sein muss. Das ist ehrlich gesagt nicht so mein... Also, Englisch ist kein Problem, aber ich muss nicht unbedingt ein Spiel, äh, Englisch spielen, wenn ich die Story unbedingt mitkriegen möchte. Ops, sorry. Ja, das stimmt. Und... Also, soweit ich weiß, ne, wie du gesagt hast, Client in Englisch, dann die Chat-Datei auslesen lassen. Ja. Und... Steht ja alles dabei, bei den Grenzen. Ist aber ganz praktisch, muss man sagen. Kann man schön viel Zeug mitmachen. Ja. Also, das, das Damage Meter hier ist nicht mehr Damage Meter, da ist noch ein Asma-Übersetzer, die, sie, also die, oder Item-Database, so eine Art, ist eine kleine mit dabei, wo man so praktisch Items rauskopieren kann, beispielsweise in den Chat. Und alles Mögliche und, also, ja, die Items kann man jetzt nicht rauskopieren, ne. Ja. 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 Ja.